Moin zusammen! Ja, ich habe festgestellt, dass ich seit drei Wochen nicht zum Schreiben komme und mein Blog seitdem auch nicht mehr upgedatet ist. Ich habe jetzt viele Rückmeldungen aus der Community bekommen, wo ich gedacht habe, naja, ich mache es jetzt einfach mal als Vlog oder als Videotagebuch und erzähle euch mal so, was die letzten drei Wochen bei mir los war. Denn es hat sich einiges getan. Ihr habt es in der Spiegel Online-Kolumne gelesen. Die Ärzte sagen nicht mehr rot, sondern haben auf orange geschaltet. Mein Trainer Piet hat mir jetzt meinen Marathon-Trainingsplan aufgestellt und ja, jetzt trainiere ich volle Kanne los, versuche die Voraussetzungen oder die Sachen, die er mir auf den Plan geschrieben hat, zu erfüllen. Das gelingt mir einerseits, andererseits auch wieder nicht. 23 Kilometer gelaufen, Knochen, Gelenke halten, das finde ich sehr, sehr positiv. Ernährungstechnisch klappt es noch nicht so ganz, da kriege ich jetzt mein Ernährungstagebuch ausgewertet. Ja, also sonst fühlt sich alles gut an und es ist wirklich so, dass es ab heute noch 100 Tage sind bis zum Marathon. Danke Yvonne für deinen Countdown, den du runterzählst und nur noch drei Tage bis zum Veloton. Also das heißt, es wird immer spannender und ja, fit fühle ich mich, körperlich. Vom Kopf her denke ich manchmal, oh Mann, alles unter einen Hut zu bringen, Familie, Job, Training, das ist gerade ein bisschen viel, das muss ich mir gerade nochmal irgendwie ein bisschen neu strukturieren und ja, ich denke mal ab nächste Woche kriegt ihr dann auch wieder ein Gewichts-Update und auch ja, wieder ein paar Zeilen zu lesen. Ich gebe mir Mühe, wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende und freue mich, den ein oder anderen von euch an der Strecke am Sonntag zu sehen, wenn ich die 60 Kilometer mit Christine durch Berlin Gondel, Gondel? Ne, wir wollen schon auch ein bisschen schneller fahren, weil 25 kmh muss man ja mindestens hinkriegen, um nicht vom Besenwagen einzuholen, hol zu werden. Also, dann schönes Wochenende, habt euch wohl. Bis denn, euer Micha. Ciao. Ciao.